Moin bei kugelbahn.de, das ist die Climb Up Canon, die bringt die Kugel aus dem Stand 3,5 und bis zu 5,5 Höhensteine nach oben. Ein platzsparendes Add-on für Gravitracks, um Höhe zu gewinnen und wie das funktioniert, seht ihr inklusive Beispielbahn in diesem Video. Die Climb Up Canon funktioniert nicht einfach so, sondern benötigt einen weißen Basisstein, in den sie einfach eingesetzt wird. So bringt sie die Kugel problemlos auf eine Höhe von 3,5 Höhensteine und man sieht, hier ist ziemlich Kraft dahinter. An der Climb Up Canon können Schienen befestigt werden, so muss nicht zwangsweise direkt ein Kurvenstein daran gebaut werden. Hier geht es dann noch ein wenig höher, aber spätestens bei 6 Höhensteinen wird es dann schon sehr knapp mit der Power, denn hier reicht das einfach nicht mehr so ganz aus. Kommt aber auch eh darum ein bisschen auf die Geschwindigkeit der auslösenden Kugel an, aber sehr zuverlässig funktioniert das mit 5,5 Höhensteinen, dann bleibt der Kugel auch ausreichend Schwung zum Weiterrollen. Konstruktionsbedingt ist es nicht so ganz einfach mit so Wurstfingern wie meinen, die auslösende Kugel wieder vom Magneten zu entfernen. Hier hilft der Kugellösestift, ehrlicherweise kann man aber auch mit einer Einserschiene einfach dazwischenhaken und die Kugel so lösen. Die Climb Up Canon gibt es ab sofort inklusive zwei Kugeln im Kugelbahnshop, die ersten 10 Besteller erhalten noch einen kostenlosen Kugellösestift dazu. Und jetzt gibt es noch eine Beispielbahn mit der Climb Up Canon, aber auch mit den weiteren Magnetkanonen aus dem Kugelbahnshop. Vielen Dank schon mal fürs Zuschauen, lasst gerne ein Like für das Video da und jetzt viel Spaß mit der Beispielbahn. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020